Musik Immer wieder sonntags, Sommerhitkönig 2015. Wir haben ihn jetzt hier, den Johannes Nickel und er, wie gesagt, hat es geschafft. In der ersten Staffel erfolgreich schon gewesen und jetzt im Finale hat er sich gegen den Florian Binder durchgesetzt. Hallo und herzlich willkommen und vor allen Dingen herzlichen Glückwunsch. Servus, Frank. Grüß dich und Dankeschön. Freut mich. Wie war es, die Anspannung jetzt so in den letzten Minuten dann vom Voting? Ja, schon gezittert. Da sitzt du schon drin und denkst, wie geht es jetzt aus? Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Aber Gott sei Dank habe ich sie dann geschafft, den Titel zu holen. Ja, also ich sage mal, wenn man jetzt in der ersten Staffel sozusagen, in der ersten Runde dabei ist und dann wieder vier Wochen, fünf Wochen gar nichts von ihm hört, man denkt doch immer, man gerät dann in Vergessenheit, aber deine Fans sind wirklich hinter dir gestanden, oder? Ja, ich habe da schon gedacht, ja, jetzt bin ich halt so lange nicht im Fernsehen und, aber Gott sei Dank haben die Fans mich nicht vergessen und haben trotzdem für mich kräftig angerufen. Das ist natürlich eine sehr große Freude für mich. Wir haben es gerade vorhin schon festgestellt, wir haben auch ein kurzes Gespräch jetzt gerade mit dem Florian Binder gehabt. Ihr seid ja auch beide aus dem Bayerischen Wald. Ihr seht euch ab und zu auch schon mal gelegentlich bei Auftritten, oder? Ja, schon. Also wir haben uns schon öfters auch vor. Immer wieder sonntags getroffen und geredet miteinander. Also haben wir uns schon gekannt. In der ersten Sendung hier bei Immer wieder sonntags hast du mir schon mal verraten, wir hatten damals, ich muss es zugeben, ein kleines Tonproblem. Deswegen kommen wir jetzt erst später, aber ich glaube deswegen nichtsdestotrotz umso besser hier. Da hattest du mir schon verraten, deine steirische Harmonika hat was ganz Besonderes eigentlich, denn die stammt von einem ganz bekannten, ja mittlerweile Moderator, sonst auch Musiker, ne? Ja richtig, die habe ich vom Florian Silbereisen bekommen. Und das ist jetzt auch die, mit denen du quasi jetzt gewonnen hast, oder? Genau, das ist die, mit der ich gewonnen habe und ich glaube, die hat man schon das Quäntchen Glück gebraucht. Denke ich doch auch, denke ich doch auch. Ist das jetzt was ganz Besonderes oder ist da was Spezielles dran an der Harmonika? Ja, es ist natürlich eine Standardharmonika von Strasser, kreativ und natürlich auch Florian Silbereisen auf den Tourneen. In seinen Festen hat er die festgespielt und für mich eine große Ehre, dass ich mit der jetzt auftreten darf auf den Bühnen. Man halte sie nur in guten Ehren, dass da nichts passiert in diesem schönen Instrument. Also wie sie gleich klingt, denke ich mal, werden wir nachher noch kurz hören, zumindest, ja, denke ich mal, den Siegertitel vielleicht mal anspielen. Mal sehen, was der Johannes uns da nachher gleich zum Besten geben wird. Wie geht es jetzt weiter für dich? Was steht an? Ja, also ab 3. Oktober bin ich dann auf großer Deutschland-Tournee, also in ganz Deutschland, überall. Und am Wochenenden aber war, ich bin ja noch leider in der Schule und das geht natürlich vor, ganz klar. Und auch an den Wochenenden bis Dezember dann bin ich immer unterwegs bis jetzt. Was heißt leider in der Schule? Wir machen einen guten Schulabschluss und dann, wie geht es beruflich dann weiter? Ja, am liebsten Musik, irgendwas machen. Am liebsten wäre mir ja den Beruf als Musiker, also das zum Beruf zu machen von mir, ja. Gut, gut, klar, das würde ich dir natürlich schon wünschen, aber wir wissen ja alles. Das Geschäft ist leider nicht immer ganz so, also das Musikergeschäft kann man sich auch nicht immer hundertprozentig drauf verlassen, gell? Ja, sicher, man braucht ein Quäntchen Glück dazu, dass man dann genau jetzt reinkommt, wo die der sieht vielleicht. Und dann, du qualst mir super, willst da und da, geht es natürlich, aber das Glück brauchst du auch dazu, ja. Ja, auf alle Fälle. Und vor allen Dingen, klar, in den Medien ist natürlich das Volkstümliche immer, immer weniger. Und von daher, klar, man versteht es manchmal nicht wirklich. Jetzt haben wir ja wieder wirklich viele, viele Fans für dich angerufen. Also demnach kann eigentlich die Volksmusik gar nicht so schlecht sein eigentlich, oder? Ja, ich glaube schon, dass die Volksmusik immer ein Teil der Musik bleibt. Also das ist ja schon von Grund auf. Und ich denke, dass die nicht direkt jetzt abstürzt, glaube ich nicht, nein. Jetzt muss man natürlich auch nochmal fragen, du bist 16, gehst noch zur Schule. Wie reagieren deine Mitschüler? Ja, also natürlich alle angerufen und super, machst du das und haben gratuliert. Also die sind schon, ich glaube, ein bisschen stolz auf mich, ja. Das kann man schon sagen. Ist es nicht so, dass ihr auch, dass ihr erstmal volkstümlich da eher ein bisschen kritisch angeschaut habt? Ja, sicher sind manche dabei, die sagen, Volksmusik mag ich nicht oder sowas. Aber dann sage ich, ich stehe dazu jetzt und es ist meine Musik und dann verstehen die es natürlich auch. Also da gibt es keine Probleme, nein. Sehr gut, sehr gut. Ja, also da haben wir, wie gesagt, den Preis. Der wird bestimmt einen tollen Platz bei dir daheim bekommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ganz oben in der Vitrine wird reingestellt und immer bleiben. Und wie sieht es tonträgermäßig aus? Gibt es da was zu erwarten? Ja, ab nächster Woche erscheint mir eine neue Maxi-CD mit sechs Titeln drauf. Und ja, ist überall im Handel, am besten Amazon, iTunes oder bei mir auf meiner Homepage können die bestellt werden, ja. Und Homepage, wenn du es gerade schon erwähnt hast, die lautet wie? Genau, die lautet wie? www.johannesnickel.de Sehr gut, dann haben wir eigentlich alles drin und jetzt würde ich sagen, wollen wir noch ein bisschen was hören, ganz kurz. Du darfst dich hier drüben vielleicht mal kurz hinstellen und schnall dir deine Harmonika um und dann sind wir gespannt. Auf jeden Fall. Prima. Und damit, liebe Zuschauer, sage ich nochmal herzlichen Dank und alles Gute nochmal für dich, Johannes. Bis irgendwann wieder, spätestens denke ich mal nächstes Jahr zur Saisoneröffnung von 2016, sehen wir uns wieder hier am Europapark. Auf jeden Fall. Danke euch. Servus. Prima. Super. Danke dir. Passt du. Passt du.